Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin hält sich ja noch zum Fahrplan. Wir haben zwar gestern nochmal einen Pump gesehen, bis auf knapp, wenn wir jetzt mal richtig gucken, hier 70.770 US-Dollar. Daraufhin hat aber unsere Box reagiert. Wir hatten keinen Close über unserer grünen Box. Darüber haben wir gestern Morgen gesprochen. Also auch perfekten Short-Entry bekommen und seitdem haben wir einen größeren Abverkauf bekommen. Wenn wir uns das mal angucken, von hier aus bis hier runter, ging es zwischenzeitlich auf minus 4% nach unten. Mit was hat das zu tun? Das werden wir uns auf jeden Fall gleich im heutigen Update-Video anschauen, außerdem natürlich auch Ethereum. Auf die traditionellen Märkte brauchen wir nicht so gucken, weil die öffnen heute erst wieder, nachdem gestern in den USA Feiertag war. Also für alle, die das noch interessiert, schaut euch das Video von gestern an. Da haben wir alles besprochen. So, bevor wir aber starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Wenn ihr Bock auf Updates, News, Signale, alles Neueste habt, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, wo ihr alles, was wir hier besprechen, auch nachtraden könnt und noch ein paar Boni abgreifen wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingings empfehlen. Auch dazu findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es derzeit noch ein geiles Einzahlungsevent. So, jetzt aber rein. Wie gesagt, wir befinden uns momentan bei 67.800 US-Dollar. Gestern haben wir noch darüber gesprochen, diese grüne Box hier oben, die wird entscheidend sein, auch mit dem Close. Wir sind bis auf 70.400 US-Dollar mit einem Stunden-Close drangekommen. Es hat auch gestern, komischerweise dafür, dass wir gestern Feiertag in den USA hatten, gab es sehr, sehr viel Volumen. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, hier in dieser 4-Stunden-Candle gab es einen sehr, sehr starken Volumen dran plötzlich. Das war gestern Nachmittag dann irgendwann. Und wir haben es aber nicht geschafft, ein Höheres hochzubilden mit Schlusskurs. Deswegen perfekter Short-Entry. Genauso haben wir es eigentlich gestern auch besprochen. Und so ist dann auch jetzt auch der weitere Fahrplan. Wir sind dann jetzt erstmal abgestürzt nach unten. Was auch ein bisschen damit zu tun hat, und das habe ich jetzt heute früh erst gelesen, dass Mt. Gox anscheinend hier ihre BTC ein bisschen verschiebt. Es gibt anscheinend oder möglicherweise geht es jetzt wirklich mal los hier mit den ganzen BTC-Geschichten, dass die hier entweder verkauft werden oder endlich mal ausgeschüttet werden. Aber das ist ja so ein Ding, was schon seit Jahren immer mal wieder im Gespräch ist. Könnte jetzt aber dazu genutzt werden, um, sage ich mal, diese Range, über die wir gestern ja schon gesprochen haben, über unsere übergeordnete Range, noch einmal nach unten hin zu drücken. Das heißt, dass wir nochmal in Richtung 63k gehen, wo wir ja gestern drüber gesprochen haben, oder sogar noch einmal in Richtung 60.000 US-Dollar. Also das könnte jetzt alles hier für ein guter Impuls werden. Ich bin auf jeden Fall jetzt Short seit gestern und überlege aber, nochmal einen kleinen Hedge Long aufzumachen. Wieso? Weil wir hier in diesem Bereich, da haben wir auch gestern mal drüber gesprochen, unsere Einstunden-Demand-Zone haben, beziehungsweise hier drunter mehrere Demand-Zone haben, die halten könnten. Und dadurch, dass wir jetzt eben diese Short-Position offen haben, könnten wir hier darüber nachdenken, ob wir hier so eine kleine Hedge-Position aufmachen. Das heißt, ich mache jetzt mal hier ganz kurz diesen Fahrplan hier weg, dass wir jetzt in den nächsten Stunden hier noch ein bisschen runter konsolidieren, möglicherweise sogar nochmal ein bisschen tiefer gehen, in Richtung 67.100. Dann noch einmal hochgehen in Richtung Pivot bei 69.300 US-Dollar. Und wenn wir diesen negativen Retest bekommen, dass wir dann eben erst diesen größeren Abverkauf bekommen. Also das ist jetzt mal so der grobe Fahrplan für heute, weil interessanterweise haben wir gestern hier an diesem Pivot bei 69.300 eben erst einmal Support gefunden. Das heißt, wir sind hier erstmal abgestürzt, haben Support gefunden, zwei Stundenkern, sind dann nochmal hochgegangen in Richtung 69.900 US-Dollar. Und dann sind wir gnadenlos durchgefallen. Also es würde meiner Meinung nach so sehr viel Sinn machen, hier nochmal diesen Pivot-Point zu testen, jetzt in den letzten Tagen des Mais. Außerdem haben wir hier das 0,5er bzw. das Golden Pocket auch noch in der Nähe, was dazu verleiten würde, hier nochmal so einen kleinen Retest irgendwo in dieser Area zu machen. Zur Short-Geschichte noch. Ich habe mittlerweile schon drei Take-Profits genommen, also ihr könnt jetzt auch einfach Profite nehmen oder nehmen 50% Profite, wie ihr Bock habt. Aber ich würde jetzt hier nicht darauf spekulieren, dass wir jetzt noch den nächsten Tiefpunkt hier erstmal sehen. Sollten wir hier nochmal hochkommen in Richtung 69.500, 69.600 oder Pivot, würde ich die Position nochmal verdoppeln. Gehen wir eben hier jetzt nochmal runter in diese Zone zwischen 67.500 und 66.900 US-Dollar, dann würde ich auf jeden Fall nochmal eine Long-Position eröffnen. Stop-Loss ist hier meiner Meinung nach sehr, sehr schwer. Ich würde es zwischen diese zwei Wicks hier unten machen, brandgefährlich. Deswegen habe ich auch drei Take-Profits genommen, damit wenn jetzt die Position ausgestoppt werden sollte, dass wir überhaupt nichts verlieren. Und dann würde ich nochmal einen neuen Short-Entry in dieser Gegend hier oben erneut eben versuchen. Das ist erstmal so der grobe Plan zu Bitcoin. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es da aus? Hier muss man sagen, Ethereum hält sich sehr, sehr gut noch. Also wir haben unser Doppeltop hier bekommen. Alles schön und gut mit dieser Bearish Divergence. Wir sind aber nicht mehr hier hochgekommen in diesen Preisbereich, wo ich eigentlich rein wollte, auf diese 4.080 Dollar. Wäre vielleicht die Hoffnung heute noch, wenn sich Bitcoin ein bisschen erholt, nochmal in 69.300 Bereich kommt, dass wir bei Ethereum auch nochmal eine kleinere Erholung sehen nach oben, nachdem wir hier nicht so abgestürzt sind. Das heißt für mich weiterhin eher hier oben dieser Preisbereich als Short. Vorher würde ich ungern Short gehen, beziehungsweise vorher würde ich überhaupt einfach nicht Short gehen, weil mir das Risiko zu hoch ist. Dafür ist die Divergenz mir einerseits ein bisschen zu niedrig. Ihr seht hier vom RSI, wir waren hier nur bei 70. Vorher waren wir hier bei 90 im RSI, natürlich auch mit diesem Pump durch die ETF-News und sowas. Da wäre ich ehrlich gesagt etwas vorsichtiger und würde dieses Risiko derzeit nicht eingehen. Dann eher hier unten dann irgendwann mal warten, dass wir hier unseren Long-Einstieg irgendwie reinbekommen. Ansonsten hat sich hier nichts geändert. Gehen wir rüber zu Gold. Auch hier keine Änderung. Ich warte hier weiterhin unten auf den Long-Entry oder beziehungsweise hier oben nochmal auf den Short-Entry bei 2.400 US-Dollar. Ansonsten, wie gesagt, Forex und Ding hat sich wenig getan. Wir können trotzdem nochmal ganz kurz auf den Euro gucken, ob sich da ein bisschen mehr getan hat. Aber auch hier befinden wir uns immer noch auf Fahrplan nach oben für unsere Short-Position. Das heißt, kurzes, knackiges Update mit den wichtigsten Sachen, wie wir weiter mit Bitcoin machen, worauf es bei Ethereum ankommt, Gold und Forex. Trotzdem, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Like da lassen, Abo da lassen. Gerne auch bei unserem Podcast vorbeigucken. Habe ich ganz vergessen zu teilen. Crypto & More auf Spotify, auf Apple Podcasts. Überall sind neue Folgen online. Also schaut da gerne vorbei. Lasst ein Like da. Abonniert das Ding. Teilt es, was ihr wollt. Einfach ein Album ein bisschen zu pushen. Ein letztes Thema war wieder ein sehr, sehr wichtiges Thema. Cybermobbing und Narzissmus. Hört euch das gerne an. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Wir hören uns auf jeden Fall dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto.